Herzlich Willkommen meine lieben Freunde in der nächsten Runde Fly for Fun. Immer noch hier Yetis wegrotzen. Und dann geht's rund. Dann gehe ich auch gleich nochmal auf die Shop-Insel gucken, ob wir vielleicht noch ein, zwei andere Power-Ups finden. Und vielleicht haben wir dann schon die Ahoos, wer weiß, wer weiß. Dann könnten wir auch bald vielleicht die 75 knacken. Würde mich freuen. So. Also ich mache auf jeden Fall weiter, ob er Bock hat oder nicht. Werden wir dann sehen. Also ich mache auf jeden Fall gleich dann meinen Job-Change, ach meinen Job-Change, nein. Mein Inventar leer und gucke, was sich alles noch so finden lässt. Und dann, vielleicht hat er ja noch Bock mitzukommen. Wäre halt ganz cool, weil mit Leecher geht besser. Gibt halt mehr XP. Und ansonsten gehe ich auch ohne Leecher. Das juckt mich in dem Moment dann halt auch relativ wenig. So. Ja, lassen wir uns mal eben schnell buffen. So, weiter geht's. Da haben wir noch einen. Ja, dann mach das. Apropos rauchen, das könnte ich immer wieder tun. Ich weiß, Rauchen ist nicht gesund und lasst das auch. Also fangt am besten gar nicht erst damit an. Wenn er eh schon raucht, ja dann ist das halt so. Ich werde bestimmt nicht derjenige sein, der sagt, ach ja, dann hört aber auf. Na, 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 na. Weil ich kann ja schlecht sagen, hört auf zu rauchen, wenn ich jetzt selber wache. Wäre halt ein bisschen blöd. Aber wenn ihr nicht Raucher seid, dann bleibt das auch. Definitiv. Bleibt definitiv nicht Raucher, wenn ihr es seid. Kostet nur Geld. Und das nicht zu knapp. Ach so, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht genau den Namen von dem lieben, netten Zuschauer, der mir das gesagt hat. Irgendwie Rio, ihn. Da war noch irgendwas zwischen. Ich kriege den Namen so jetzt gerade nicht zusammen. Aber du hattest recht. Auf der Shop-Insel sind keine Steuern. Da hattest du vollkommen recht. Wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. So. Und der nächste Kommentar. Jawollig. Die kann ich aber jetzt alle gerade gar nicht bearbeiten. Im Normalfall mache ich das mit meinem Telefon, aber ist jetzt gerade schwierig so beim Leveln. Mache ich dann gleich, wenn die Folge vorbei ist. Und ich warte, dass er seinen Job-Change fertig macht. Dann kümmere ich mich mal um meine neuen Kommentare und so weiter und so fort. Alles cool. Was sagt die Party? Oh, gleich 36. Ah, 36, ne? Ja, gut. Das ist prima. Ich sehe gerade, ich muss immer mein Telefon wieder an Strom anschließen. Kann man eigentlich mal eben schnell machen. So, zwischen Tür und Angel. So. Was? Was? Da ist einer raus. Was? So geht der doch aber nicht. Bling. Oh. Rie. Kalkum. Oh. Rie. Kalkum. Oh. 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 Habe ich gerade ganz ehrlich keine Lust drauf, die Sachen festzuhalten. Langsam wird es knapp. Schalalalala. Aber dann haue ich halt gleich wieder die Tränke raus und alles ist gut. Nice. Zehn Minuten noch, dann sind die Amplis alle. Bis dahin sollte er auf jeden Fall so weit sein. Na, jetzt muss ich es dann doch auflassen. Ja, man kann auch nochmal eben ein bisschen was hier aussortieren. Nochmal nach da oben. So, und ab jetzt ist es wirklich in die Gelände. Ja, wow. So, wir haben das Kerzen nach oben. So. Es ist kein Scherz, dass die voll ist. Die ist wirklich voll. Da. 76 von 76. 7. Zusammen. Ich habe bereits etwas in der Kampf. Die sind natürliche. Ich habe schon eine Kör fat. Ja. Ja. Ich habe davon gemacht, sondern weil ich epicенiken Porque. Da. Da. Jetzt sind wir zwei Plätze frei. Ich hau ja schon alles, weil ich ein Quest-Items hab, nur in die Gilde rein. Außer die hier, weil die würden da zwar auch zuzählen, aber... Nee. Okay. 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 Was man hier für komische Hin- und Her-Hüpf-Aktionen... Okay. 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 haben wir noch Leute unter oh da süße jetzt set party 37 cool k Was ist denn hier los? 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 Ja, ja, was ich nicht alles hier nebenbei noch regeln. Vergiss dir voll das Quatschen zwischendurch, meine Güte. Ja, tut mir ernsthaft leid, aber... Wie war der Name? Sei, 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 eins, ne? Sei, sei, eins. Was ist denn hier? 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 Ich hab' ich hab' ne neue Nachricht? Was? Was hab' ich denn für ne neue Nachricht? So... Und wir gehen jetzt noch einmal genau hier hin. Und wir werden jetzt ganz fix unsere Klamotten ausräumen, umräumen, wegräumen... Ja... 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 Ja...